Waaah, Zombies! Ich lauf in die Stadt, Miami. Überringt das nix rumzusetzen. Hä, bist du schon unten? Bist du hier runtergesprungen, René? Nein, bin durchs Trepp gegangen. Ja, aber da kann ich nicht langgehen, da sind Zombies. Da sind sogar 1 Million Zombies. Alter, ich komm hier nie wieder weg. Ja, warte bis es ein bisschen lichtet und dann schleicht ich da durch. Ich hab's doch geschafft. Guck mal in den New Häuser. Weil man hier denn überhaupt was finden kann. Der ist hier irgendwo. Ja, ist er auch. Wo ist er denn? Keine Ahnung. Die Gebäude sind alle ziemlich... ...kackjes. Hm, der Makarov. Ich bin raus. Alter. Du musst frontal von der Schule weg, dann kannst du mich nicht sehen. Sind da viele Zombies gewesen bei dem Eingang. Boah. Alter. Ja. Das war echt heftig. Ich hab ne Makarov, das ist schon mal... ...n bisschen was. Alter waren da viele. Ne Makarov hast du? Hm. Alter, wem rennen denn da gerade so viele Zombies hinterher? Mir nicht. Hast du rückgeschossen? No. Oh, da hat hier jemand anders noch ne Makarov. Hier rennt auch irgendwer rum. Alter. Wir müssen hier aber ganz in der Nähe sein. Boah, sind hier viele Zombies. Löck mir die Eier, ey. Wo bist denn du? Hier auf dem freien Land, also neben der Stadt. Na, warum ist denn dein gelaufen? Ja, weil hier alle sind. Alle? Oh nein! Hä? Er ist bewusstlos! Er ist bewusstlos. Ist schon wieder Philipp, oder? Darf mal da irgendwo die Schüsse herkommen, ne? Irgendwer hat mich umgebracht. Hä? Erschossen? Ja. Ich werde dich rächen. Ne, ich glaub... Warte mal. Er hat mich denn gekillt? Wie du vor? Wo hat er mich denn gekillt? Hä? Das war aber keiner, der da war. Haben wir hier irgendwo einen Sniper? Wie viele Tote da liegen? Und der eine draggt gerade seinen Kumpel. Nein, da liegst du. Fuck. Der hat mich einfach weggesnackt. Oh, der hat mich unabsichtlich abgeschossen. Ja. Scheiße. Oh, wir hätten nochmal den Hubschrauber halten sollen, ey. Da hätten wir mal einsteigen können. Wie du überm Boden glitscht. Oh, jetzt bin ich... Du musst, dass die Hubschrauber ja crashen. Oh. Svonto bin ich. Wo ist das wirklich? Wo? Svonto. Wonto? Äh... Oh, bruh. Svonto. Find's nicht. Was, du findest es nicht? Dann guck nochmal. Mit B. Danke für die Antwort. Was? Hä? Du hörst mir gar nicht zu. Mit B hast du gesagt. Ja, was sagst du dazu? Gar nichts. Ja, was heißt denn mit B? Ja, Bonto mit B. Swonto. SW. Ach so. Boah, wie die alle auf den anderen Gebäuden sind, ich bin auf den Gebäuden daneben. Ey, da ist noch ein anderer Typ. Was ist das für ein Heini? Hä? Ist noch irgendein anderer Heini. Alter, ich bin wieder auf so einer Drecksinsel gespawnt. Wenn ich nur wüsste, wo ich bin. So geht's mir auch. Oh, 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 ich glaub, du bist am Arsch. Ja? Hier ist aber eine Stadt. Auf der Insel? Nee. Keine Antwort. Nein, ich hab nee gesagt. Nein, das ist doch der Hecht. Doch, hab ich. Guck's in der Aufnahme an. Ja, in der Aufnahme vielleicht, aber in TeamSpeak kam's nicht an. Tja, Pech gehabt. Da ist TeamSpeak eben behindert. Fühl hier doch gar nicht selbst gesprich. Wo sind wir denn hier? Mann, ey, scheiße. Wir sind hier mit Fünften. Wo bin ich denn hier? Und deine Leiche, die glitscht über dem Boden. Die schleift einfach so lang. Alter, der hat ihn gerade erschaffen. Jetzt hab ich auch einer erschaffen. Er hat ihn einfach kalt für dich über den Haufen geballert. Einfach so? Ja. Dann wollte er ihn beklauen, ne? Und ich stand hinter ihm und hab ihm das war ein übelst Natschert gegeben mit der Backe rauf. Fünf Stück oder so. Ich war ein Hubschrauber. Da oben ist ein Hubschrauber. Was geht denn bei dir ab, Alter? Jetzt eskaliert ja alles. Und ich sitze hier und mache so einen Scheißdreck. Ich weiß, wo ich bin. Weil ich hinten den... Ja, da wo ich fast war. ...den Heli crash sehe. Ja. Ja, und wie komme ich hier jetzt weg? Gar keine Heli fliegt da weg. Und jetzt bist du da allein, oder was? Äh, die zwei sind rot. Und wo die anderen beiden sind, bin ich mir grad nicht sicher. Was hier für ein Schutt? Ja, wie im Kalt bin ich, der den einfach so erschossen hat. Der hat den so vertraut. Und dann... ...dreht er sich so um. Und er fallert ihn so mit dem Kopf einfach da. Er ist richtig krank gewesen. Hab ich ihn hingerichtet? So gehört sich das. Die anderen beiden. Die waren einfach plötzlich weg und haben ihren Kumpel zurückgelassen. Warum? Weiß ich nicht. Die sind Hurensöhne. Das war bestimmt ne miese Intrige. Ja, das war... ...drama. Die haben einen Mörder angeheuert, der ihr Freund umbringt. Drama war das. Aber ich hab ihn prompt gerecht. So ist es. Und nur so. Mit meiner Magarov. Dein Magar. Magarov. Ach man, hier find ich sie aber gerade schon wieder öde. Ich geh mal in das Bongo-Dorf. Bongo, 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 Dorf. Klar, glaub, könnte ich auch mal ein bisschen Bug vertragen. Ich hab noch ein paar Geschäfte gekriegt hier. Warum hab ich auch nicht die Lienten genommen? Ich hätte dann der Idiot, naja. Jetzt hab ich ne M16 mit Granatware und hab keine Munition dafür. Das ist ja mal echt blöd. Das war echt eine ganz große Intrige. Wir haben ihm vertraut. Und dann hat er ihn kaltblütig erschossen. Was ist das? Ja, er hat ja sehnlich erschossen, aber... Ich glaub, wenn ich daneben gestanden hätte, hätte ich ihn sofort hingerichtet. Einfach nur aus Prinzip. Was hast du getan? Bam, 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 bam. Tod. Alle erschießen sich gegenseitig alle den Tod. Ein Stand-Off. Mexican Stand-Off war das. Irgend so ein Dorf in einem Waldstück. Derp. Das war ein guter, guter... ...er... Gute Aussage. Gute Aussage. Ich schwimme, 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 schwimme im Sause-Schritt. Da ist ein Airfield bei dir, oder? Ja. Echt, wo? Wenn du was Wasser schwimmst. Bin ich doch. Ich schwimm gerade von Wasser Richtung Stadt. Ja, und unter der Stadt Richtung... ...unten halt ist... ...Airfield. Geil. Boah, geil! Boah, geil! Na, 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 na. Alter, was ist da hinten? X. Alter, wie lange spielen wir eigentlich noch? Wir sind nicht. I don't know. Ich sage, you say's to be. Wollte ich jetzt mal so sagen. Ich habe einen Splitter in der Hand. Wo kommt der her, Mann? Ich weiß ja nicht. Voll crazy. Warte mal, warte mal, warte mal. Was war das? LOL! Hä? Was denn? Geil. Klär mich auf. Ich laufe also wie so ein dummer Idot durch die Wüste. Und dann finde ich ein Fahrrad. Und zwar ein Mountainbike. Aha, das bringt uns ja richtig was. Ja, mir bringt das was. Ja, bei mir nicht. Du bist doch gleich beim Airfield. Da steht doch bestimmt wieder ein Hubschrauber. Ah, wieder. Ist das dasselbe Airfield oder was? Der ist doch schon alles gelootet. Naja, ist ein anderes Airfield. Oh, da ist ein Crash-Helikopter. Da fahr ich doch mal rüber. Da sieht keiner. Oh, da ist das krasse. Alter, was ging jetzt ab? Alter, was ist denn jetzt los? Hä? Was ist? Bei mir hat sich grad die Wasserfarbe geändert und irgendwie ist alles so anders. Verstehe. Ohne Scheiß, das musst du dir im Video angucken. Das ist von der eine auf die andere Sekunde voll geändert. So ist das halt, ne? So eine Atombombe. Ja, glaub ich auch. Anders kann ich mir das auch nicht erklären. Die einzig logische Erklärung. Hier ist ein M240-Gürtel. Krass. Aber leider haben wir ja keine Hubschrauber mehr. Stimmt. Weil du ihn ja nur umgebracht hast. Ach. Passiert. Hast immer noch ein paar gut, würde ich sagen. Ja, ich habe den Hubschrauber ja auch gefunden. Da konnte ich ihn noch versenken. Aber ich meine ja bei der Masse an Hubschrauber, die ich schon versenkt habe. Ja, aber du musst ja... Komischerweise bin ich jetzt auch auf eine Nerven. Du musst ja im Verhältnis rechnen. Ich habe ja noch nie einen Hubschrauber geflogen. Ne, ne, ne. Das geht hier nicht nach Verhältnis. Du hättest das oft genug trainieren können. Oh.